hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality dann später ist auch noch da servus so markierungsarbeiten hier sind abgeschlossen der harry hofer weiß genau welche bäume erfällen darf und welche nicht und jetzt gehen wir mal zu dir rüber wegen deinen bäumchen ich kann mich auch manchmal nicht so drehen das ist ich wollte gerade sagen jetzt hast du rücken gehört jetzt hast du ja noch nacken vielleicht war das von deinem unfall wurde gegen den baum gerauscht ist das ist nicht wahr du lässt nicht nicht hier den alten fort stehen und hat den motor an und du willst in die öko partei da müssen wir übrigens meine sitzung veranstalten vielleicht kriegen wir so den reinhard raus ich doch mal runter geht tschüss ich war ja es wäre sinnvoll ja bin ich mal gespannt was für bäume er da haben jetzt haben wir gerade wieder richtig arbeit das für ein langsames gefährt hier der hat aber ein bisschen überbreite glaube ich so hans peter also schieß los welche bäume ich muss mal schauen ist ja halt gut wirklich lang die von hier die sind ziemlich hoch einmal diese hier ja warte mal die die fälle ich gleich pass auf ja nicht in die richtung ja wo bist du denn bist du hinter mir ja genau da ist alles gut hier auf die straße ja passt hat fast geklappt okay gut weiter der hier von sieht auch noch gut aus ja hier achtung denn das sehe ich auch gleich guck mal dass da keiner kommt ja aber nicht von links schicken weg schicken weg da haben wir uns auch wenn ich habe noch zu arbeiten hallo hallo ist vielleicht was von baum auf der Peter ach Quatsch er wieder er muss es bestellen da ist es gut neu auch jeder muss noch die Peter muss noch ein bisschen Geld überweisen dann ist auch ein Ja. Die Rechnung beträgt sich bei 40.800. Ey, das geht ja noch. Ja. Gute Freunde geben 41. Weißt du was? Gute Freunde geben 42. Freut mich. So, Hans-Peter, welchen noch? Äh, b-b-b-b-b. Ah, jetzt kann ich. Äh, m-b-b. Der hier sieht noch gut aus. So. Knoll. Jo. Kann man gucken, den muss ich in die andere Richtung fahren lassen. Achtung, pass auf. Mhm. Da müssen wir mal schauen, vielleicht finden wir einen. So. So. Knoll, ich hab da ein Feuerwehrauto dabei, ne? Ja. Baum fällt. Kannst du's zur Feuerwehr bringen? Oi, oi, oi. Die langen Dinger, die fallen immer wie Steine. Perfekt. Okay, noch einen. Knoll, wie viel brauchst du denn von den langen? Ähm, glaubst du denn jetzt schon? Drei haben wir. Drei, vier, sieben sollten es schon werden. Der hier? Welcher? Volker? Ja. Der Herr Peter steht da drüben. Na? Ja, ja, ich bin, ich bin, äh, so perplex gerade. Was ist los? Du bist am Hasseln. Ja, du verwirrst mich. Ja. So, jetzt den hier. Da brauche ich einen Container. Och, Alter. Ja, ja. So, geht mal bitte auf die Seite, ja? Ja, der Baum hier. Ja. Seite. Okay. Ding ist ganz schön lang, bitte nicht auf den Treppen fallen lassen. So. Baum fällt. Sie sehen aber ganz schön sportlich aus in diesem Auto. Ach, perfekte Fallrichtung, ey. Habt ihr das gesehen? Ja. Oh, warte mal, ich muss mal gerade telefonieren. Okay, dann kann ich bestellen. Harry? Hallo? 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 Ah, Moment, äh, wenn ich säg dabei, ist nicht so gut. Was los? Kann ich jetzt schon anfangen? Du kannst anfangen. Sind alle, alle Stämme sind markiert, ähm, sind eingetragen und nummeriert. Ähm, von dem her kannst du die anfangen. Äh, die Markierung, die... Dann wieder weg, wenn ich... Äh, die müssen, die muss draufbleiben am Baum, ähm, dass ich das nachher kontrollieren kann. Ah, okay. Kennst du ja, an den Bäumen sind doch immer die Markierungen dann auf, äh, der Schnittstelle. Äh, und, äh, was wollte ich noch sagen? Anplanten, ähm, müssen die dann neu angepflanzt werden. Ähm, das... Das ist noch nicht. Das muss ich mal nochmal mit dem Bürgermeister klären. Das hat er ja verlangt, aber das muss ich nochmal erklären. Okay. Weil bei dir ist ein recht dichtes Forstgebiet, ähm, das wäre gut, wenn der Boden ein bisschen Luft kriegt, beziehungsweise Licht, ja, und dann regeneriert er sich vielleicht erstmal automatisch. Ja, äh, äh. Okay. Okay. Gut, also, wie gesagt, erstmal nicht anpflanzen, äh, ich muss das beobachten und dann, äh, wenn der Bürgermeister irgendwas sagt, dann schickst du ihn zu mir. Ja. Okay. Gut, bis dann. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss. So, ein Anhänger, Moment. Ist die Frage, wo ist der? Unter, äh, unter, unter Anhänger, unter Werkzeug, ja, ich hab's gewonnen. Und dann da unten. Aber, hast du den Container schon bestellt? Ja. Ja, dann bestellen wir den 30. Einmal für einmal 30 Kontinor. Äh, einmal 30, ja, 32 geht nicht, gell? Warum einmal 30? Jo. Bitte. Was kriegst du dafür? Äh, das muss ich erst ausrechnen. Okay. Achtung. Okay, 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 tschuldigung. Renn der mich hier vor die Kettensegen. Dann brauchen wir auch sowas. Ja, wenn dir langweilig ist, kannst du hier die Bäume kleiner sägen. Aber nicht zu klein. Die sind recht groß. Willst du wirklich so viele Bäume haben? Ja, die brauchen wir alle. Jetzt dachte ich, ich könnte hier ein bisschen Zeit sparen. Wie viele Stück haben wir jetzt schon? Vier. Vier. Nein, sechs bräuchten wir schon. Äh, also noch zwei. Also noch zwei. Jo. Warum noch? Äh, wer bezahlt denn das eigentlich? Ja, ich. Okay. Ich denke, dass er nachher heißt, äh, ich nicht. Ja. Ich würde sagen, den Baum hier. Okay, ich muss gerade mal gucken. Ah, der ist ein bisschen schwierig. Ich muss mal gucken. Kannst du mal gucken, dass vorne keiner auf dem Parkplatz fährt? Ja. Und deinen Forz sollst du dir vielleicht ein bisschen wegstellen. Hm? Der neigt sich so ein bisschen, weißt du? Das ist... Ach, mir steht da. Kannst du mal Peilung nehmen. So. Achtung! Ja. Baum. Feld. Aber wie präzise, wie präzise, ey. Äh, Moment. Ich glaube, der hier vorne ist noch ziemlich hoch. Moment kurz, ich entasse den schnell. Machen Sie das. Ich hab Zeit. Gut, also welcher? Der hier ist doch noch relativ hoch. Der hier auch noch? Oh, da, da, da stellt sie mir aber eine Haarausforderung. Lachen Sie da zu auf? Der ist halt, der ist halt tricky. Lachen Sie da zu auf? Ist das schwierig? Uff, uff reicht nicht. Nein, das soll... Einfach umsägen, die Scheiße, oder? Ah, nein, 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 pass auf, ey. Okay. Ich krieg den... Ich krieg den, glaube ich, hier zwischen Zaun und dem Baum durch. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Zwischen was? Hier so, dass er hier so schräg hier zwischen reinfällt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn Sie es schaffen, kriegen Sie 500 Euro. Hand drauf. Okay. Gut. Wollen Sie dagegen wetten, Hans-Peter? Nein. Ah, schade. Okay, also zwischen dem Baum und dem Zaun, ja? Ja. Okay. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Baumfeld! Ah. Ah. Ja. Ja. Die 500 kannst du gleich an Hans-Peter überweisen, weißt du? Das geht für ein Zaun drauf. Wow. Ah, hier das Eck, das hat er schon mitgenommen. Alter, auch schwierig. schickste jetzt schickt er sein mich dann muss ich es ja wieder überweisen der zaun der ich bin ich bin mal im gehirn also das waren alle bäume jetzt wenn es sechs ok knoll bringt den lkw dann wieder ja wegen den bäumen ich war er brauchst du nicht bis er eurer mit dem hier sein lkw waschen denn da muss ich noch entlasten so . 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 Du du du. So, der ist auch gesägt. Den habe ich auch. Der hier fehlt noch. So, ja. Aber ich bin, muss sagen, die McMulloch-Kettensäge, die ist schon ordentlich strapazierfähig. So. Ich glaube, der Verrückte ruft wieder an. Hallo. War Wunderer, Volker hier, hallo? Ja, hier ist der Herr Reinhardt. Hallo. Erstens, ich bin nicht verrückt und zweitens... Das können Sie gar nicht gehört haben, weil ich da noch nicht abgenommen hatte. Doch. Nein. Ich habe doch nicht gehört. Aber ja, und zwar wollte ich Ihnen nur sagen... Was ist denn jetzt dazwischen? Hans, Peter, ich bin gerade am Telefon. Moment kurz, bitte. Also, sorry. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ihr Feld gekalkt wurde, die 69. Okay. Ja, war ja so vereinbart. Was kriegen Sie dafür? Äh, das sagt der Neumann Ihnen. Okay, dann sollte er mich doch am besten nächstes Mal anrufen. Ja, ich habe es Ihnen nur mal gesagt, dass Sie wissen, dass es gekalkt ist. Ja, der hat ja auch den Auftrag, es anzusehen. Dann passt er. Oh ja, dann muss ich ihn mal anrufen, weil ich... Ja. Gut, bis dann. Alter. Dieser Reinhardt, den müssen wir ganz schnell loswerden. Oh, der muss los. Immer ganz schnell. So, warte mal, ich muss nicht... Den hier muss ich, glaube ich, noch zurecht sägen. Äh, was zahlt sie mir denn für die sechs Bäume? Was willst du pro Baum? Ähm, sind lange Kiefern. Also, ich würde dir schon mehr geben. Ja, da sind wir auch bei 1000 pro Baum. 1000? Plus die Baumstümpfe entfernen, ähm... 200 pro Baum, 1200. Dann wären wir bei 7200. Moment, ich muss gerade rechnen. 7200 mal 1,2... Dann wären wir bei 8700. Moment, 8700? Ja. Also mit Steuer alles, all inclusive. den rest sehe ich aber als schenkung hat klar gut weil dann muss ich nur 1500 an steuer abdrücken was habe ich gesagt 8600 1400 die steuer 7200 hatte ich gesagt 7200 ohne steuer 6000 doch 1500 steuer okay ich muss mal gerade telefonieren knoll sie wollten mir bescheid geben dass der lkw wieder da ist super vielen dank herr peter ja hallo hallo harry so was los dann habe ich eine alte sms gelesen okay dann sorry für die störung bis dahin und habe ich doch falsch gelesen so freunde vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat dann das gerne like abo oder kommentare und bis morgen tschüss ja 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 ja